Die Kalebasse ist ein Unternehmen, das sich im fairen Handel engagiert. Man findet es an der Missionsstrasse 21 in Basel. Das Sortiment umfasst mehr als 800 Artikel aus Afrika, Asien und Lateinamerika. Im Mittelpunkt steht das Kunsthandwerk. Nebst Holz-, Leder- und Keramikartikeln finden Musikerinnen und Musiker spezielle Instrumente aus den Partnerländern. Alle Artikel werden von kleinen Produzentenorganisationen in ländlichen Regionen hergestellt. Das schafft Arbeitsmöglichkeiten in den wenig entwickelten Gebieten und baut damit der Abwanderung vor. Die Kalebasse setzt auf langfristige Beziehungen zu den Produzentinnen und Produzenten und kauft die Produkte zu existenzsichernden Preisen ein. Im Normalfall werden 50% des Preises mit der Bestellung vorausbezahlt, lange bevor die Ware nach Europa verschifft wird. In Rotterdam kommen die Pakete in Containern an und werden dann rein aufwärts nach Basel transportiert. Bei der Kalebasse angekommen, werden die Produkte kontrolliert und aufbewahrt, damit sie jederzeit greifbar und versandbereit sind. Im neu renovierten und attraktiven Laden wird das gesamte Sortiment an Gebrauchs- und Geschenkartikeln zum Verkauf angeboten. Musik 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 Wir wünschen viel Vergnügen beim spannenden Verweilen und Einkaufen in der Kalebasse. Musik 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 Vielen Dank.